Damit Sie sicher im Umgang mit den Sterilisatoren Futura und Classic von MoCom sind, möchten wir Sie heute in diesem Video in diese Geräte einweisen. Wir empfehlen Ihnen dennoch die Betriebsanleitung Ihres Geräts sorgfältig zu lesen, da es nur bei einer korrekten Handhabung des Geräts störungsfrei läuft, denn neben der üblichen Arbeit mit dem Sterilisator ist auch eine regelmäßige Pflege des Geräts äußerst wichtig. 1. Lieferumfang des Geräts Sterilisator, 5 Edelstahltrays, Traygestell, Bedienungsanleitung inklusive CD, Schmiermittel für das Türblockierungssystem, Trayhalter, bakteriologischer Ersatzfilter, Gummischlauch mit Schnellverbinder für den manuellen Wasserablass, Drehverbinder, Imbusschlüssel, Kunststoffschlauch und Distanzstücke. 2. Aufstellung Besonders wichtig ist eine korrekte Aufstellung des Geräts. Soll der Sterilisator in ein Möbel integriert werden, muss um das Gerät genügend Platz vorhanden sein, damit eine ausreichende Ventilation gewährleistet ist. Darüber hinaus muss ausreichend Platz auf der Rückseite vorhanden sein, damit eine geeignete Luftmenge sowie eine daraus folgende optimale Kühlung des Wärmeaustauschers gewährleistet werden kann. Wir empfehlen einen freien Abstand von mindestens 10 cm rechts und links, 50 cm nach oben und 25 cm nach hinten. Werden diese Maße nicht eingehalten, ist keine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet und es kann zu Fehlermeldungen kommen. Zudem ist eine vollkommene Ebene und stabile Fläche mit einer Tragkraft von mindestens 60 Kilo zur Aufstellung des Sterilisators notwendig. Auch eine unzureichende Stromversorgung kann zu Fehlermeldungen führen. Daher sollte sichergestellt sein, dass der Sterilisator an eine Steckdose mit einem Nennstrom von 16a und einer Differenzialstrom von 0,03a angeschlossen wird. 3. Erklärung in Betriebnahme Nach der korrekten Installation des Sterilisators kann das Gerät über den rechts am Gerät positionierten Hauptschalter eingeschaltet werden. Wichtig! Beim Einschalten des Geräts darf kein USB-Stick im Gerät eingesteckt sein. Nach dem Einschalten erscheint im Display das Mocom-Logo, was anzeigt, dass der Sterilisator startet. Bei der ersten Inbetriebnahme werden nun einige Angaben wie Sprache, Datum und Uhrzeit abgefragt. Nach Abschluss der Startprozedur erscheint im Display das Hauptmenü. Solange keine Eingaben getätigt werden, verbleibt der Sterilisator im Wartestatus. Dabei heizt das Gerät bereits bis zur vorgegebenen Standby-Temperatur vor. 4. Wasser befüllen Damit der Sterilisator arbeiten kann, muss das Gerät mit für medizinische Geräte geeignetem Wasser mit einem Mikrosiemenswert von maximal 15 aufgefüllt werden. Auf der Oberseite des Geräts befinden sich zwei Klappen. Unter der linken Klappe befindet sich der Brauchwassertank und rechts der Frischwassertank. Öffnen Sie den Frischwassertank rechts und befüllen Sie den Tank mit passendem destilliertem Wasser bis zur Maximumanzeige. Ist der Tank voll, signalisiert der Sterilisator dies mit einem Piepton. Achten Sie bei der Befüllung darauf, dass kein Wasser auf das Gerät gelangt, andernfalls muss dieses unverzüglich abgetrocknet werden. Wichtig, niemals den Tank während des Zykluses öffnen und befüllen. 5. Einstellungen Auf dem Display finden Sie oben links das Symbol für die Einstellungen. Hier können Sie viele Vorgaben für das Gerät vornehmen. Hierzu gehört die Einstellung der Sprache, Datum und Uhrzeit. Bei der Erstinbetriebnahme sollte der Administrator weitere Eingaben vornehmen. Hierzu gehört die Benennung des Admins sowie ein Admin-Passwort. Wurde dies ausgeführt, können weitere Benutzer im Benutzermanagement angelegt und über die entsprechenden Zyklen autorisiert werden. Im Menü Standby hat man die Möglichkeit, die Ausschaltverzögerung der Heizung im Standby über Pfeiltasten den eigenen Wünschen anzupassen. Über die Schaltfläche Präferenzen können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Hierzu gehören Art der Befüllung mit Wasser, also manuell oder über eine externe automatische Befüllung. Hierzu hat der Sterilisator auf der Rückseite passende Anschlüsse, welche jedoch über einen Techniker angeschlossen werden sollten. Weiterhin lassen sich Maßeinheiten wie Temperatur, Druck, Zeit und Datumsformat einstellen. Im Menü Bildschirm können Eingaben wie Helligkeit, Kontrast und ähnliches eingestellt werden. Das Menü Service ist Ihnen nicht zugänglich und kann nur von einem Techniker geöffnet werden. Sechstens Eigenschutz Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, achten Sie unbedingt auf den Eigenschutz. Hierzu gehören neben den Handschuhen auch der Mundschutz und die Brille. Instrumente sollten immer auf einem Trail transportiert werden, niemals direkt in der Hand. Schützen Sie die Hände vor dem möglichen Kontakt mit Spritzen und schneidenden Teilen, um ein Infektionsrisiko zu vermeiden. Zudem sollten alle Geräte, welche nicht für die Sterilisation geeignet sind, entfernt werden. Die noch mit Handschuhen geschützten Hände sorgfältig waschen, nachdem der Transport des unsterilen Materials abgeschlossen ist. Siebtens Vorbereitung des Materials Alle zu sterilisierenden Materialien oder Instrumente müssen vollkommen sauber und ohne jegliche Rückstände sein, wie zum Beispiel organische und anorganische Ablagerung, Papierstücke oder Kalk. Wird dies nicht beachtet, kann es nicht nur zu Problemen bei der Sterilisation kommen, sondern auch Schäden an den Instrumenten und am Sterilisator verursachen. Darin sollten alle Metallinstrumente sofort nach dem Gebrauch unter einem Wasserstrahl gereinigt werden. Es wird empfohlen, eine Reinigung im Ultraschallbad mit einem pH-Wert neutralem Reinigungsmittel durchzuführen. Nach der Reinigung die Instrumente sorgfältig überprüfen und gegebenenfalls erneut reinigen. Hand-, Winkelstücke und Turbinen sollten zudem vor der Sterilisation mit einem Pflegegerät gereinigt und geölt werden. Achtens Anordnung der Beladung Um die beste Wirksamkeit des Sterilisationsprozesses zu erhalten und die Lebensdauer des Materials zu erhöhen, sollten folgende Anweisungen beachtet werden. Die Instrumente aus unterschiedlichem Material, wie zum Beispiel rostfreier Stahl, gehärteter Stahl, Aluminium und so weiter, auf verschiedene Trays legen oder für einen guten Zwischenraum zwischen ihnen sorgen. Für die Instrumente, die nicht aus rostfreiem Stahl sind, Sterilisationspapier zwischen diese und das Tray legen, um den direkten Kontakt zwischen zwei verschiedenen Materialien zu vermeiden. Gegenstände in einem ausreichenden Abstand zueinander anordnen, der während des gesamten Sterilisationszyklus beibehalten werden muss. Sicherstellen, dass alle Instrumente in offener Position sterilisiert werden. Die Schneidegeräte, zum Beispiel Scheren, Landzenten und so weiter, so anordnen, dass sie während des Sterilisationsvorgangs nicht miteinander in Berührung kommen, gegebenenfalls Instrumentenschutzkappen verwenden. Behälter wie Gläser, Becher, Proben und so weiter, auf der Seite mit dem Kopf anordnen, damit sich darauf kein Wasser staut. Trays nicht über die angegebene Grenze hinaus belasten. Trays nicht aufeinander stapeln oder so anordnen, dass sie direkt mit den Wänden der Sterilisationskammer in Berührung kommen. Verwendung eines chemischen Indikators Hinweis für Gummi- und Plastikschläuche Vor dem Gebrauch immer mit Perogenwasser abspülen und nicht abtrocknen. Die Schläuche so anordnen, dass ihre Enden nicht verstopft oder eingedrückt werden. Nicht knicken oder umwickeln, sondern so gerade wie möglich anordnen. Hinweise für Päckchen und Verpackungen Verpackungen nebeneinander in einen eingemessenen Abstand voneinander und nicht übereinander anordnen. Vermeiden, dass sie mit den Kammerwänden in Kontakt kommen. Hinweise für verpacktes Material Instrumente einzeln verpacken oder wenn mehrere Instrumente in der gleichen Verpackung angeordnet werden, zumindest überprüfen, dass sie aus dem gleichen Metall sind. Verpackungen mit einem Thermoversiegelungsgerät verschließen. Keine Heftklammern, Nadeln oder ähnliches verwenden, da diese die Sterilität beeinträchtigt. Positionieren Sie die Hüllen so, dass die Kunststoffseite auf dem Tablett nach oben zeigt und die Papierseite unten liegt. Immer die korrekte Anordnung überprüfen und gegebenenfalls ändern. Verpackungen niemals übereinander stapeln. Neuntens, Zyklus starten. Nachdem der Sterilisator beladen wurde, kann der Zyklus gestartet werden. Wählen Sie hierzu das für Ihre Instrumente geeignete Programm. Wurde Ihr Sterilisator validiert, beachten Sie, dass eventuell nur einzelne Programme validiert wurden und für Sie verwendbar sind. Nachdem Sie das Programm gewählt haben und den Zyklus gestartet haben, erhalten Sie über die Statusanzeige alle notwendigen Informationen über den aktuellen Verlauf der Sterilisation. Wichtig! Zyklus niemals durch Betätigen der Stromtaste oder durch Ziehen des Stromsteckers beenden. Wird dies nicht beachtet, kann es sein, dass sich die Sterilisationskamme nicht mehr öffnen lässt und es notwendig ist, einen Servicetechniker zu beauftragen. Ist es notwendig, den Zyklus zu unterbrechen, drücken Sie die Stopptaste ca. 3 Sekunden, bis der Zyklusabbruch auf dem Display angeboten wird. Zehntens, Ablauf der Sterilisation. Üblicherweise wird in der Zahnarztpraxis das Programm 134 Grad universal mit fraktioniertem Vorvakuum verwendet. Der Ablauf dieses Programms ist wie folgt. 1. Erste Vakuumphase 2. Erster Druckanstieg 3. Zweite Vakuumphase 4. Zweiter Druckanstieg 5. Dritte Vakuumphase 6. Dritter Druckanstieg 7. Sterilisation 8. Dampfableitung 9. Trocknung 10. Lüftung 11. Abschluss des Zyklus Nach der Sterilisation muss das Resultat des Sterilisationsprozesses kontrolliert werden. Erscheint auf dem Display die Meldung Zyklus abgeschlossen, wurde der Zyklus korrekt und ohne jegliche Unterbrechung durchgeführt und die vollständige Keimfreiheit des Materials ist gewährleistet. Nun können Sie durch Drücken der Schlüsseltaste die Tür des Sterilisators öffnen. 11. Aufbewahrung der sterilisierten Instrumente Achten Sie darauf, dass Ihre sterilisierten Instrumente angemessen verwahrt werden, da es uns schnell zu einer erneuten Verschmutzung führen kann und eine neue Sterilisation notwendig macht. Bei der Ernahme der Trays und Instrumente darauf achten, sterilisierte Handschuhe, Hemden und Schutzmasken zu tragen. Trays nur auf trockene und entsprechende gesäuberte und desinfizierte Flächen stellen. Während der Lagerung die Instrumente möglichst wenig anfassen und besonders darauf achten, die Verpackung nicht zu zerreißen oder zu beschädigen. 12. Testprogramme Zum Schutz des Verbrauchers und des Patienten ist es von grundlegender Bedeutung, die Betriebsdüchtigkeit und die Wirksamkeit des Sterilisationsprozesses der medizinischen Instrumente regelmäßig zu überprüfen. 13. Hierzu stehen Ihnen folgende Testprogramme zur Verfügung. Helix B&D Testzyklus Vakuumtest Kombiprogramm Vakuumtest und B&D Test Bei dem Helix B&D Testzyklus handelt es sich um einen Zyklus mit 134 Grad mit einer Sterilisationsphase und einer spezifischen Dauer von 3,5 Minuten. Mit einer entsprechenden eingelegten Testvorrichtung kann die korrekte Dampfdurchdringung von hohlem Sterilisiergut geprüft werden. Mit dem Vakuumtest kann hingegen die einwandfreie Dichtigkeit des gesamten Hydraulikkreislaufes des Sterilisators wie eine Sterilisationskammer geprüft werden. Der Vakuumtest muss im kalten Zustand ausgeführt werden, da es in einer Warmkammer zu einer Fehlermeldung kommen kann. 13. Gebrauchtes Wasser ablassen Ist der Sterilisator nicht mit einer automatischen Befüllung und Entleerung angeschlossen, muss das Wasser nach einer gewissen Zeit manuell abgelassen werden. Hierzu stecken Sie den mitgelieferten Schlauch mit Schnellkupplung an den Gebrauchtwasserablass und lassen Sie das gebrauchte Wasser in einen mindestens 4 Liter großen Behälter ablaufen, bis das Wasser vollständig abgelaufen ist. 14. Datenverwaltung Über das Menü gelangen Sie in das Datenmanagement. Hier können Sie sich alle Informationen über Ihre Zyklen anzeigen lassen. Zudem finden Sie hier Einstellungen zum Drucker, Netzwerk und Wi-Fi. Möchten Sie zum Beispiel Ihre Daten auf einem USB-Stick speichern, können Sie diesen einfach rechts neben dem Display in den USB-Anschluss einstecken. Damit dies funktioniert, muss der USB-Stick mit FAT32 formatiert sein. Über die Menüführung im Display werden Sie nun gefragt, welche Zyklen heruntergeladen werden sollen. Danach beginnt die Speicherung auf dem USB-Stick. 15. Wartung Damit der Sterilisator einwandfrei funktioniert, sind verschiedene regelmäßige Wartungen sehr wichtig. Dabei hilft der Sterilisator dem Anwender durch Meldungen zur Wartung auf dem Display. Die Wartungen sollten wie folgt durchgeführt werden. Täglich Täglich sollte die Türdichtung sowie der Kammerrand mit einem feuchten, fuzzelfreien Tuch gereinigt werden und auf Beschädigung geprüft werden. Um eventuelle Kalkspuren zu beseitigen, die Dichtung der Kammer und das Bullauge an der Tür mit einem sauberen Baumwolltuch, das in einer schwachen Lösung von Wasser und Essig getränkt wurde, abwischen. Die Oberfläche des Sterilisators ebenfalls mit einem feuchten, fuzzelfreien Tuch reinigen. Vor Arbeitsbeginn sollte ein Vakuumtest durchgeführt werden. Die Kammer des Sterilisators muss dabei kalt sein. Wöchentlich Die Sterilisationskammer, die Gestelle und die Trays sowie die Innenfläche im Allgemeinen mit einem feuchten, sauberen Baumwolltuch reinigen. Sorgfältig mit destilliertem Wasser abspülen und darauf achten, alle Rückstände in der Kammer oder auf dem Zubehör zu entfernen. Zur regelmäßigen Desinfizierung der Außenflächen verwenden Sie denaturierten Alkohol oder ein Reinigungsmittel mit einem Minimalanteil an Natriumbleichlauge. Monatlich Monatlich sollte der interne Zulauftank gereinigt werden. Bei der Verwendung des Geräts ist es wahrscheinlich, dass sich verschiedene Rückstände im Filter ansammeln und mit der Zeit die untere Ablassleitung verstopfen. Um den Filter zu reinigen, muss die Tür des Sterilisators geöffnet und der Deckel mit einer Münze oder einem anderen geeigneten Werkzeug entfernt werden. Den Filter aus der Halterung nehmen und unter laufendem Wasser sorgfältig reinigen und gegebenenfalls einen Druckluftstrahl zur Hilfe nehmen. Sollte sich der Filter nicht reinigen lassen, muss der Filter erneuert werden. Danach den Filter wieder einsetzen und verschrauben. Den Filter an der Unterseite des Sterilisators herausziehen und sorgfältig mit Wasser abspülen und vor dem Wiedereinbau trocknen. Prüfen Sie den bakteriologischen Filter. Sehen Sie mittig eine dunkle Verfärbung, den bakteriologischen Filter aus der Halterung ausschrauben und durch einen neuen ersetzen. Den neuen Filter bis zum Anschlag handfest aufschrauben. Die Behälter mit dem Frisch- und dem Abwasser des Sterilisators leeren und mögliche Rückstände im Filter am Boden des Behälters beseitigen. Nach dem Ausbau und der Reinigung des Filters die Innenwände der Behälter mit einem trockenen Tuch abwischen und sorgfältig reinigen. Zur Reinigung der Wasserbehälter darf kein Reinigungsmittel verwendet werden. Es reicht ein trockenes Tuch zur Reinigung. Jährlich Wie bei jedem Gerät können während der Lebensdauer des Sterilisators die Leistungen nachlassen und die Komponenten sich abnutzen. Damit die Funktionen und die Ergebnisse des Sterilisators gewährleistet werden, empfiehlt der Hersteller Mocom eine Validierung des Geräts. Benötigen Sie hierzu weitere Informationen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Fehlermeldungen Es kann vorkommen, dass der Sterilisator mit einer Fehlermeldung abbricht und seine Funktion verweigert. Hierzu haben wir uns in speziellen YouTube-Videos mit den einzelnen Fehlermeldungen beschäftigt. Sie finden diese Videos in unserem YouTube-Kanal. Wir hoffen Ihnen mit unserem Video geholfen zu haben und würden uns natürlich über einen Daumen hoch oder aber auch über ein Abo freuen. Gerne informieren wir Sie auch über unseren Reparaturservice für Hand- und Winkelstücke. Neu hierbei ist unsere Kostenbremse für viele Geräte und Hersteller, sodass teure Reparaturen der Vergangenheit angehören. Wir hoffen Ihnen mit der Vergangenheit angehören.